Na, was wollen wir heute Mittag essen, Christine? Ist da überhaupt nicht so viel da, ne? Oh Mann ey, weißt du was? Ne, also das heute nicht. Ich hätte da ne Idee von unserem Lieblingsitaliener mal was bestellen. Ristorante Vinyl Cochina, Kröpner, hallo. Ja, machen wir gerne ungefähr eine halbe Stunde. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Oh, der ist schon da. Das ist ja super. Hallo, mein Lieber. Hallo. So, schön und einmal die Rechnung für dich. Okay, 48, 48, 40. Oh, wo ist denn mein Geld? Tina, hast du Kleingeld? Nein. Aber das ist doch kein Problem, mein Lieber. Bei uns kannst du auch Smart bezahlen über Paypal. Das ist ja cool. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Oh Mann, ich habe vergessen, den Wein zu bestellen. Meinen Sie diesen hier? Du bist der Beste. Habe ich doch gesagt, ist das nicht lecker? Ja. Vino je kucina. Jeden tak friš, un leka.